Hallo, willkommen zum Generation Televizion-Blog. Heute sind wir nur zu viert. Genau, Dennis Lindner hat ab sofort, das gehört eigentlich gar nicht so zum Blog, ab sofort schwarze Haare. Leute, habt ihr Bock? Ja! Okay, dann hätten wir das auch geklappt. Dennis, bist du leicht genervt? Ja, ich bin leicht genervt, weil mir kein Geschehen zuhört! Ja, und vielleicht ist es mir zu viel! Nein, das war wirklich gescheit. Wie kann man da so dumm sein? Mann, ich bin so großartig! Guten Abend, wir sind Generation Televizion. Ja, Auslös und Matten. Wir haben es auch endlich her geschafft, so nach zweieinhalb Stunden fahren sind wir auch endlich da. Ja, heute spielen wir ab 21 Uhr mit Tonfrischalat hier. Und wir freuen uns sehr und gleich gibt es erstmal was zu essen und Soundcheck haben wir schon hinter uns. oder essen Döner. Wir haben jetzt gleich einen Übergang zwischen zwei Bands und wir haben uns überlegt, dass wir den Übergang einige zusammenspielen. Oh, 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 oh. I'm gonna find a wall. Wunderschönen guten Abend, Garding! Beziehungsweise wunderschöne Kneipe Lidmatten! Erstmal, wer wir sind, wir sind Generation Televizion! Aus der School of Rock, Timmendorfer Strand. Also wir kommen von der Ostsee. Viel Spaß mit World War 3. Für all den ganzen Hass, der hier auf dieser Welt ist. Für all die ganzen Idioten, die uns von der Welt hier kaputt machen. Worauf ihr? Der Tod der Welt wird ausbrechen. Wir hoffen es nicht. Aber es ist auf dem guten Weg. Ich komme euch in eine Vorstellung, weil ihr kennt uns ja eigentlich noch gar nicht. Unseren ganz schüchternen, aber ganz knuffigen, Philipp Kruse am Bass. Großen Applaus. Dann haben wir unseren ganz tollen Lead-Gitarristen Alex Keen. Eigentlich werden wir da noch einen Gitarristen. Der ist aber heute nicht da. Und dann haben wir unseren ganz tollen kleinen Jungen am Drum. Tiger Wolf Level. Ich schätze, mich stellt hier keiner vor. Also ich bin Kera, die Sängerin. 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 Das war der Burner, oder wie? Das war der Burner. Also, wie Carmen Geissen sagen würde es. Boah, die Dinger sind der Burner. Robert! Robert! Was sagst du dir sonst her? War der Burner.